so es kann auch ein kanal aufgerissen sein schreibt paluten so jetzt habe ich das mal abgekürzt ja also so ein kanal kann natürlich auch aufgerissen sein ja ich finde es soll wieso heißt das eigentlich erbeben heißt das nicht erdbeben oder erdbeeren das wäre doch schöner erdbeeren also sie sind da drin plötzlich gibt es ein erbeben und die laufen alle raus aber da sind natürlich verletzte drin und weißt du was ich jetzt mache das ist mir total egal das ist da brennt die gehen jetzt da hin und retten die leute und machen sonst nichts die retten jetzt einfach nur die leute und gehen dann sofort da rein ist mir total egal ob es da brennt oder nicht eine zivilperson ist verletzt beeilen sie sich ja die die leute die können ja niemanden retten sie haben wir können ja trotzdem mal löschen da wenn ich schon mal da sind gut der fragezeichen man kann da jemanden retten da jemanden retten eine zivilperson ist verletzt beeilen sie sich ich beeile mich dauert aber nur okay gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet ich glaube der rettet die person erst mal so der geht jetzt aber die da retten ja der kann er nicht benutzt werden okay wir müssen mit dem fahrzeug ein bisschen weiter vor fahren dann kann ich das können auch löschen sie haben eine zivilperson gerettet da ist wieder ein fragezeichen mann der kann hat wahrscheinlich schon jemanden auftritt ja da liegt noch jemand gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet der kann der kann das da mal aktiviert verstärkungen bewilligt verstärkungen sind bewilligt die müssen natürlich sofort dahin das fahrzeug kann bis hierhin fahren oder hoffe ich gut der fragezeichen man kann schon mal da rein so ich hoffe jetzt sind alle gerettet fünf von acht wäre drin sind ja noch welche verstärkungen sind eingetroffen so die verstärkungen sind da gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet und es ist mir egal dass es da brennt die gehen jetzt alle da rein der bergungs fach typ der das auf sie haben eine zivilperson gerettet so ich habe gerade einen tipp im live chat bekommen glaube ich ich gucke mal ihn drauf rette die leute aber halte die fluchtwege der einsatzkräfte frei ja aber der fluchtweg ist ja sowieso gleich hier hinten von daher ist mir das egal da gibt es ja dann keine fluchtwege mehr hier draußen ich muss also glaube ich nichts frei halten ja ja dann sagt das doch mal vorher gut gemacht sie haben eine zivilperson dann gehe ich da halt rein und deaktiviert das ist kein problem so ich glaube wir retten den erstmal dann muss der wahrscheinlich noch zum rtw gehen so die anderen kommen alle hier rein die u-bahn läuft wahrscheinlich jetzt schon voll mit wasser oder so das dauert hier noch ein bisschen wir müssen uns aber wirklich beeilen weil das geht ja ganz schnell hier aber die machen das ja schon ich würde mal sagen er macht da schon mal die tür auf da ist jemand ich würde mal sagen er macht da erstmal die tür auf eine zivilperson ist verletzt vereilen sie sich und geht dahin gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet ah der erbergungstyp geht schon mal dahin und der rettet einfach mal die personen beeilen sie sich so hier haben wir wieder ein fragezeichen mann verstärkungen im anmarsch der bleibt mal da so wo sind die alle wieso laufen die alle da raus guck mal hier hin wir brauchen dich da also euch wir brauchen alle ja eine zivilperson ist verletzt beeilen sie sich da ist das der kann jetzt da die person wegbringen verstärkungen sind eingetroffen sehr gut die sind schon da ja da müssen wir jetzt ganz schnell hier durchlaufen und hier irgendwelche leute rausholen so schnell wie möglich backdraft gemeldet okay das war egal der geht sich jetzt eine spritze holen sie haben eine zivilperson gerettet so die gehen da drinnen löschen gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet da draußen löscht keiner mehr ne natürlich sind da wieder zwei die unbedingt was besonderes sein müssen ja wir brauchen da keinen freien weg mehr wir müssen nur hier löschen so und hier hinten müssen wir gleich auch noch weiter gehen glaube ich da ist eine tür ja ich bin ein chef also mach jetzt was ich sage und öffne diese tür die müssen wir glaube ich nicht einschlagen gut da hinten kommen wir nicht weiter da ist niemand drin also hier hingehen ich sagte mal der soll die aufmachen dann geht er hinten rum dann sehen wir direkt wo wir lang gehen müssen ja wir können eigentlich sofort mal hin löschen äh wo ist die nächste tür eine zivilperson ist verletzt gar keine tür jetzt gleich wird hier alles voll mit wasser laufen das weiß ich das dauert gar nicht lange ist ja alles voll wir sind sehr beeilen wahrscheinlich beauftrage ich die jetzt teilweise doppelt irgendjemanden zu retten aber das dauert uns zu lange ich kann das jetzt sowieso nicht organisieren die verstärkungen sind im anmarsch das ist sehr gut ja hier ist niemand drin das ist auch sehr gut wir müssen hier schon mal weiter gehen gut gemacht sie haben eine zivilperson hier hinten ist irgendwie keine tür da ist eine tür der steht rum der kann die person retten der sie haben eine neue aufgabe sonst ist da niemand gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet ich glaube wir müssen die mal aus dem gefahren bereich bringen oder so verstärkungen sind eingetroffen nein da achso gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet verstärkungen sind da die müssen jetzt hier ganz schnell irgendwie rumlaufen äh das ist nicht gut sie haben eine neue aufgabe der bergungsexperte muss da hin gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet oder der bergungsexperte gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet der kann die person gerettet ist in die tür nein ok hier steht keiner mehr sinnlos rum oder und da löscht auch keiner sehr gut dann brauchen wir hier hinten ein paar leute zu befehlen ok das ist jetzt sehr viel stress sie haben eine zivilperson gerettet ja sehr warm hier ja ich höre mach die tür da wo gab es ein backgraf ja wer hat dir das erlaubt ja wahrscheinlich niemand ne machst du immer alles was du willst ja verstärkungen sehr gut da hinten ist eine person drin wir müssen die da raus holen alles starr ja ja der bergungsexperte muss das da nein mach du das da aus oder so du hättest jetzt nicht wieder angemacht ne ne ok jetzt bleibt da der dummkopf der ist so drin ich höre keine ahnung wieso der so dumm ist da ist keiner mehr drin sehr gut oh die sind da nicht eingesperrt jetzt ne ich glaub die kommen da nicht mehr weg wenn da kein fluchtweg ist dann haben die echt ein Problem jetzt ne aber da muss da einer sein denke ich mal jetzt macht da die tür auf da ist ne person drin hol die da raus bevor jetzt wieder alles volllaufen mit wasser und jetzt würde ich mal sagen gehen die hier hin alle schon mal dahin gehen zum fluchtpunkt wo gleich alles hier wo gleich sowieso alle hin müssen ich weiß gar nicht wo hier der fluchtpunkt war eine zivilperson ist verletzt beeilen sie sich wo ich sehe hier keine zivilperson da läuft eine zivilperson die läuft dahin ok ist sie durch das wasser gelaufen keine ahnung gut gemacht sie haben eine zivilperson gerettet sie haben eine ihrer aufgaben erfolgreich abgelassen durchsuchen sie alle räume alle räume wo sind hier denn noch und durchsucht räume die bleiben da stehen ich weiß nicht wo der fluchtpunkt ist ich glaube ich habe alle räume durchsucht oder ich hoffe es jetzt wird es spannend ich hoffe die fluchtwege für die feuerwehrleute sind jetzt frei war hier hinten nicht auch ein fluchtpunkt vielleicht sollte ich das dann mal löschen gehen für den notfall falls da doch der fluchtpunkt irgendwo ist die können ja mal ein bisschen löschen ich weiß nicht wo hier noch ein raum ist der noch nicht durchsucht wurde die sind da eingesperrt oder da guck mal da da ist aber niemand drin oder da ist niemand drin ok ok die müssen sich jetzt mal sammeln ich gebe den befehl zum sammeln wo läuft achso außen rum alle sammeln gruppieren bitte niemand darf hier alleine rumlaufen und hier draußen ist auch keiner mehr ne das sieht so aus als wäre alles gut wie wäre es wenn wir hier mal diese lüftungsdinger anmachen vielleicht ist das ja hilfreich ich glaube hier die wo sind die fluchtpunkte hallo da was ist jetzt jetzt hat sich das spiel minimiert genau im falschen moment neuer aufgabe hallo bleib stehen du blöd kopf ihr müsst jetzt achso ich bin hier der blöd kopf dann geht dahin die da gehen auch dahin und hier hinten die sind ja eigentlich schon da ich höre ich höre sie sind weg ok hier hinten sie sind auch weg 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 alle weg alle weg hier läuft niemand mehr rum sie sind auch weg äh ich hoffe wirklich die sind wirklich weg die können mal zum sammelpunkt gehen das bringt wahrscheinlich nichts die müssen glaube ich nicht dahin die sind ja draußen da passiert nichts aber vielleicht zur sicherheit einfach mal sonst sterben die nachher oder so und dann sagt jemand dass ich da schuld bin oder so hier sollten jetzt alle raus sein aber das mit dem Strom das ja noch funktioniert ist trotzdem nicht normal finde ich ich meine da sind doch Stromschienen unten drunter ne hier sind ja keine Oberleitungen von daher müssten die ja unter Wasser sein ich glaube nicht dass die dann noch funktionieren hoffentlich sind die U-Bahnen wasserdicht so die stehen da rum verschwinden aber nicht die müssen also nicht gerettet werden der kann da mal ein bisschen vom Feuer weg der bleibt da stehen der Rettungswagen ist da hinten diesmal steht da keine Person rum Sieg so gut das war ziemlich anstrengend ich würde mal sagen das war's jetzt ich brauche mal wieder eine Pause das war's generell mit dem Spiel jetzt hier gab es keine Einsatzübersicht ok das war wohl so ein spontan Ding wo man einfach reingewürfen wird ok ich habe hier jetzt noch so einen komischen was L-Carnitin-Regel für Hochleistungssportler rumliegen Ananas-Joghurt-Geschmack ich probiere das jetzt einfach mal ok da schmeckt nicht so schlecht wie gedacht hab ok dann würde ich mal sagen spielen wir dann beim nächsten Mal Fire Department 3 ich weiß nicht ob es hierfür noch eine Zusatzmission gibt wenn ja dann lade ich hier runter ach so ja man kann noch im Multiplayer spielen und dann gibt es hier so ein paar Karten zum Beispiel das Wohnviertel ich kann das ja mal kurz zeigen ich will das jetzt nicht spielen ich habe ja keine Mitspieler alleine schafft man das sowieso nicht und ja ich zeig das nur mal ganz kurz wie das hier aussieht also das sieht so aus hier brennt es an ein paar Stellen und hier sind halt sehr viele zivile Opfer und so man hat hier sehr viele Einheiten das Problem ist wenn man das alleine macht kommt man damit meistens gar nicht zurecht weil das so viele hier das ist für vier Spieler gedacht ne nicht für einen also vielleicht besorge ich mir irgendwann mal drei andere Spieler und dann können wir das hier auch mal machen ansonsten würde ich sagen ist das Let's Play jetzt erstmal beendet und es geht dann irgendwann mit Fire Department 3 weiter ja und das war es dann auch mit diesem Livestream ich hoffe es hat euch gefallen und dann werde ich das hier demnächst als Video hochladen als mehrere Videos in Folgen aufgeteilt und dann würde ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Video